Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part, Let's Play Vampire! Ich bin das neue Zimmerfix und wir stehen hier vom Pembroke Hospital, dieser wunderschönen Einrichtung, die mir in der Müllhalle da aussieht. Und wir können die Leute fressen. Ach, aber leider ist es nicht immer so leicht. Nun gut, beim letzten Mal haben wir mit Dr. Swansea getroffen. Swansea ist also mit Abstand bis dato der sympathischste Charakter, der ist so richtig schräg drauf. Und er hat uns hier den Auftrag gegeben, dass wir hier eine nette Frau suchen müssen. Ansonsten haben wir mit den Patienten hier geredet. Mr. Clay, der Anführer der hiesigen Gangsterbande. Aktuell haben wir gehört, dass seine Frau die Geschäfte übernommen hat. Und so einen haben wir wirklich gerettet. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Aber nun gut, glauben wir erstmal jede Medizin, die hier rumliegt. Aber jetzt reden wir erstmal mit dieser netten Dame. Das ist doch... Wir werden bald wieder zusammen sein. Mr. Rainfield, das ist kein Weg zu sprechen. Wir haben hier gute Hand und werden bald wieder sein. Jetzt tun mir eine Liebe und ein bisschen schlafen. Ich werde später zurück. Ihre Worte sind sehr nett, die Worte der Engel. Du bist die Schöne, Schöne Frau der Merse. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swanzey has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swanzey. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. So it seems our Dr. Swanzey does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swanzey is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate. He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but are rather urgent matter first. Swanzey has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need weight. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swanzey has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions, and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As a mortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze. The blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion. But I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Lady Ashbury. Okay, die kann man nicht so leicht überzeugen, man. Puh, ein schwieriger Fall. Ein sogar sehr schwieriger und sehr interessanter Fall. Die Frage, die wir uns natürlich nur stellen, wer zölle, wagt es sich mit einer Bierin anzulegen? So, jetzt kommen wir hier rein vor, weil ich ja nämlich zugesperrt. So. Untersuche die Taten des Bürgers. Warte, der macht irgendwas, der macht irgendwas. Muss ich anschauen. Ah, okay, cool. Jetzt verstehe ich endlich, für was das Symbol da steht. Kann man die hier beobachten, was sie hier treiben. So. Das interessiert mich jetzt. Den verfolgen wir jetzt kurz. Wenn ich jetzt anspreche, dann... Das wäre nicht so gut. Was ich gerade sagen wollte. Also, so vor der wie erkannt natürlich, dass die Lady Ashbury ist die Vampire, die uns hier schon mal gerettet hat. Und gleichzeitig unsere einzige Spur hier... Irgendwie... Aha. Ja, genau, Mann. Ja, genau, Mann. Ja, ich habe verstanden, dass es abgeschlossen ist, Mann. Super. Ja, Tür ist offen, ich kann nicht durch die Tür gehen. Ja, dann ist mir das halt auch wurscht. Kackt auf. So, wir machen es halt weiter. Ähm, zumindest jetzt bin ich, äh, gespannt, Mann. Ob man da hier was rausfinden, Mann. Können uns, so. Schauen wir mal. Was? Was? Was ist das? Wer sind Sie? Geh aus meiner room. Es gibt keine Anmerksamkeit, Frau. Ich bin Dr. Reed, der neue Surgeon. Sprechstöchst. Dr. Reed, du sagst? Ich will nicht einen bumblingen Internen. Wo ist Dr. Swanzee? Dr. Reed, du sagst, Mann. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? I... Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts, little poor sods vain. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the olden, infirm. I see those little bitches, greedy little eyes, just waiting for me to pop off, they are. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Branigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with our old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. She could have... That old witch... Goodbye. Das war jetzt nicht so richtig hilfreich, was die erzählt hat. Untersuch ich den Itanisberg. Ich weiß, dass das was er umtreibt. Ich weiß halt nicht, wie ich da reinkommen soll, man. Ich kann nicht entdecken. Jetzt schrei ich nur noch mal auf ganz gut blöd, man. Ob es hier noch einen zweiten Eingang gibt, man. Das ärgert mich, man. Da geht es eh nicht durch. Vielleicht, ihr wisst ja, dass das... Naja, okay, das ist... Das ist jetzt schon zu weit weg, man. Was ich schade finde, dass keine Objekte angezeigt werden. Es werden ja immer nur... Ähm... Hier vielleicht... Es werden halt immer nur Personen angezeigt, man. Das wäre super, wenn mit der Ansicht auch Menschen angezeigt werden. Äh, okay, ja. Für den Erpresser... Ja, nee, das interessiert mich jetzt nicht, man. Kann ich mich da nicht irgendwie reinworpen? Rumworpen? Kann ich da irgendwie hochklettern oder so? Ey, das... Das nervt mich jetzt schon, man. Egal. Immerhin kann man laufen. So. Apropos laufen. Ich glaube, ich will erst mal das. Wir haben 15 Erfahrungspunkte. Dann würde ich sagen, sparen wir jetzt doch noch ein bisschen auf das 2000er Upgrade. Das war nämlich, dass wir unsere Klaue verbessern können. Und das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Dorfie und Gwyneth müssen wir jetzt noch finden. Das hält schon. Das ist echt der alte Kaifer. Aber nur gut, eben das eine, so. Moteca Korsbeck, der Hutsi. Hat inzwischen schon 5000 oder was hat er? So. Da ist Dr. Raksha. Mit dem können wir eigentlich auch mal reden. Ich finde keine einzige Schwester. So, die schreien sich da gegenseitig an. Da mische ich mich jetzt einfach mal nicht ein. Ich finde keine Schwester. So. Da haben wir hier. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Have you... I've never heard of... Goodbye, Nurse. War auch, ehrlich gesagt, keine große Hilfe. Aber ich meine, die nächste Frage. Wer würde bitte... Oh, ihr seht, sein Blut sinkt immer weiter. Müssen wir... Müssen wir... Glaubt mal schauen, ob wir den irgendwie heilen können, aber... Nö. So, und irgendwie ist... Äh, drücke L3, um den Vampir sind zu aktivieren. Und wenn sich ein Bürger verdächtig fällt, schlägt sein Herz erst und leuchtet. Äh, indem du ihn anschaust. So ist er in besonderen Interaktionen frei. Okay. Da ist jemand hier unbekannt, das übrigens... Werden wir erst mal mit ihm. Bitte, Sir. Ich brauche Hilfe. Was ist passiert? Ich bin Blight, Sir. Newton Blight. Ich habe meinen Freund. Ich kann ihn irgendwo finden. Ich bin Dr. Jonathan Reed, aus dem Pembroke Hospital. Bitte, calm down und gib mir mehr Details. Oswald und ich waren beide Infanter, Sir. Wir waren auf dem Krankenhaus, aber... Aber wir hatten eine Begründung. Und Oswald fuhrt nach dem Kanal. Wie lange hast du ihn fürhört? Ich kann nicht da. Ich kann nicht da. Ich kann nicht da. Ich kann nicht da, seit dem Wasser, Sir. Ich kann nicht da. Ich kann nicht da. Ich kann nicht da, Mr. Blight. Viele Soldaten, die überleben in den Trenchen, sterben von Musaphobie. Ich kann nicht da, was ich für dein Freund machen kann. Das ist ein gefährliches Teil der Stadt. Was machst du hier? Wir waren für den Pembroke Hospital. Er... Wir beide brauchen Hilfe. Treatment, ich meine. Für ein bisschen schlafen. Wir müssen einfach besser fühlen, Sir. Was kannst du mir sagen, über dich selbst erzählen? Ich bin Oswald's best Freund. Wir haben in der gleichen Regiment, Sir. Wir haben uns geholfen, seitdem wir zurückgebracht haben. Was kannst du mir erzählen, über dein Freund? Er ist Oswald Thatcher. Wir haben uns zusammengebracht. Oswald ist... ...nervös und ziemlich schuldig, seitdem wir zurückgebracht haben. Wo war dein Freund, der letzte Mal, dass du ihn gesehen hast? Er ging nach dem Kanal. Ja, da schauen wir uns mal um an. Aber davor möchte ich eigentlich mit der Schwester Dorothy hier reden. Kann ich jetzt immerhin hier rein? Muss ich die jetzt beobachten? Schauen wir mal. Ah, okay, na. Und jetzt kann ich hier interagieren. Gut, das war nämlich vorher auch so. Wir machen aber jetzt erstmal einen kleinen Cut, bevor wir hier interagieren können. Und dann schauen wir uns, was uns beim nächsten Mal hier so war. Bis dahin, hat rein und auf Wiedersehen. Ciao.